So, man, meistens sieht man das ja hier. Irgendeinen Spieler hatte ich hier auch schon mal gefunden. Ich glaube, das war der Palacios, genau. Den hatte ich auch schon mal gesehen, dass der hier an Brescia verkauft wurde, weil den fand man nämlich auch nicht. Über die Suche. Aber ist hier nicht zu sehen. Ist hier nicht zu sehen, wenn ich mich nicht ganz dumm angestellt habe. Ich glaube nicht. Tja, A-Jugend ist ja nicht drin, es wurde Mannschaft. Aber ich denke mal, dann würde man ihn auch über die Suche finden, wenn er hier drin wäre. Scheithauer sollte ich auch mal gucken, aber bitte, Scheithauer ist ja nun wirklich gar nichts, ne? Scheithauer hat eine 61. Also man muss sagen, Fähigkeiten, faire halbe 65. Wenn man den jetzt mal mit Timo Werner vergleichen möchte. Oder auch die Stürmer, die wir noch haben. Waldschmidt, Deon, Grostanic. Gut, die sind noch nicht so weit. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, Waldschmidt zum Beispiel. Der ist ja jetzt schon stärker, mit 17. Deswegen, also. Der Mann hat einen guten Tor, ich ja. Aber er spielt ja nicht umsonst nur in der zweiten Mannschaft von Wolfsburg und trifft da nichts. Und spielt eigentlich auch sehr wenig. Also nee, also für sowas möchte ich dann doch lieber keine Kohle ausgeben. Ist zwar ein Brecher, ist ein Sturmtank. An der Stelle kann ich das mal versuchen zu erklären. Ich habe jetzt nicht die Definition am Tisch liegen oder sonst was. Aber ich glaube, ein Sturmtank ist einfach jemand, der natürlich körperliche Werte hat. Einfach. Der vorne drin steht. Quasi wie so ein Berg. Wie so ein Baum. Und der hoch angespielt wird oder tief angespielt wird. Der dann einfach mal ein paar Verteidiger bindet und somit natürlich Möglichkeiten zum Nachrücken schafft. Oder einfach selber dann vorne abschließt. Ich denke mal, das ist damit gemeint. Dass es einfach vorne eine Anspielstation ist, die gesucht wird, wenn man das aktiviert. In der Taktik. Dass also dann nicht das Spiel variabel gestaltet wird. Zum Beispiel wie Flügel. Sondern alles möglichst flott auf den konzentriert wird. Das ist so meine Definition eines Sturmtanks. Aber mir ist es lieber, wenn man das anders spielt. Das ist natürlich ganz klar. Da war schon ja Malone da. Den wollte ich ja für FIFA. Wollte ich den ja kaufen. Aber ja, guckt mal drauf. Hier 5 Millionen. Mit jetzt schon Wert. Den haben sie nach Belgien. Haben sie den gekauft hier vorne. Südte Waregem. Haben den da wieder hinverliehen. Und dann kam der am 01.01.2013. Kommt aber noch nicht richtig zum Zug. Das heißt, ne. Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Was mir sehr gut gefällt, ist die Ausdauer. Das defensives Bestellungsspiel ist Wahnsinn. Die Übersicht auch, ne. Also der kann nicht nur hinten. Der kann auch wirklich dann vorne die Situation erahnen und antizipieren. Der hat eine super Aggressivität. Wahnsinnig geniale Werte hier. Und auch bei den Pässen ist er klasse. Und fleißig ist es auch noch. Also das ist ein Spieler, wenn der wirklich nicht dran käme. Momentan ist er in der 2. Mannschaft in Wolfsburg. Den würde ich sofort kaufen, wirklich. Den würde ich sofort kaufen. Deswegen, ich packe den mal rein. Der ist ja momentan genau auch nicht glücklich. Selbstvertrauen ist am Arsch und Moral auch. Der ist ja trotzdem nur eine 1.67. Also ist da jetzt momentan sogar noch besser als jeder unserer Verteidiger in Topform. Also wen die da verschimmeln lassen, ich kann es nicht nachvollziehen, warum die das tun. Weil die haben auch nicht unbedingt die Überverteidiger jetzt hier in der ersten Mannschaft. Tim Klose. Ich sage mal, Analdo ist eine Gestalt. Das ist ein verdienter Spieler. Auch sehr erfahren. Auch in der Bundesliga jetzt schon ganz lange Jahre dabei. Aber Tim Klose würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der unbedingt vor Marlon Dar gesetzt werden müsste. Weil das bringt es ja halt eben. So einen erfahrenen Spieler und dann einen ganz Jungen daneben zu stellen. Aber man muss Wolfsburg wissen. Momentan fahren sie ja ganz gut damit. Platz 5. Ist halt immer so schade, wenn so ein Spieler dann da vergammelt. Aber es liegt nicht an mir. Ich kann nicht alles kaufen. Das ist es ja leider. So, nächster Spieler, den sehen wir schon. Alfredo Agili. Irgendwo hatte ich mir den mal angeguckt in der Folge vor kurzem. 17 Jahre alt. 2. Mannschaft von Stuttgart. Dortmund. Eine Million wert. Momentan wäre es wahrscheinlich noch machbar, ne? Machbar, den zu kaufen. Ich will den aber erstmal... Habe ich den schon reingepackt? Ich weiß nicht. Ich gucke mir das jetzt mal an, ob ich das gemacht habe bei den Scouts. Weil ich glaube doppelt kann aber nicht sein. Ne. Der ist hier drin. Ist hier drin. Also wird dann auch relativ bald gescoutet. Ich schiebe den mal einen hoch. Ich würde sagen 2 hoch. Das wird den danach wissen. Dann kann er nach Thomas Inns gucken und dem Elmir Nabiulin. So, wir waren noch nicht ganz fertig. So, Name. Weihrauch. Ich weiß nicht, wer so einen Narren gefressen hat an Weihrauch. Ihr habt ja gesehen, was wir gekauft haben an Stürmern. Wir haben ja eigentlich relativ viele schon. Deor, habt ihr gesagt, es ist teilweise schon einer zu viel wäre, möglicherweise. Wir haben das Glück, dass wir die zweite Mannschaft umgestattet haben, dass wir da zwei Stürmer brauchten. Und dass quasi dann Deor und Krosdanic sich dann um die zweite Position streiten, neben Waldschmidt. Aber das Einzige, was halt für ihn sprechen könnte, ist der Torrichter, der mit Sicherheit über einer 70 liegen wird, wenn der hier schon bei Stufe 4 mit einer 80 angegeben wird. Der Antritt ist klasse und die Ausdauer ist gut. Kopfball ist auch nicht verkehrt, genauso wie das Stellungsspiel hier. Und eben, dass sein Vertrag ausläuft. 2-14. Nur kaufen jetzt, in dem Moment, würde ich den nicht. Das lasse ich mir eingehen, wenn man wirklich sagt, wir versuchen, den dann ablösefrei zu holen. Weil der spielt ja momentan. Es ist zwar nur die 4. Liga mit dem FC Bayern 2, aber so ganz unglücklich scheint er nicht zu sein. Man kann es zwar hier nicht sehen, ich nehme es einfach mal an, wir könnten ihn mal scouten lassen. Und dann schiebe ich das gleich auch nochmal hoch. So, und dann haben wir noch den einen, den von Wilhelmshaven, den Carles Plendikes, heißt er hier in echt, Plendiskes, für die zweite Mannschaft. Ich habe ja gerade Spieler gekauft für die zweite. Das war, ich gucke mir das gerade nochmal an, hier bei den Verträgen, bei den zukünftigen Wechseln. Genau, das war der Weißenberger Innenverteidiger. Eventuell, es könnte gehen, wenn du jetzt nochmal Blendiskes noch kaufst. Momentan haben wir hier 2, mit Henske und Schiller, die nicht unbedingt talentmäßig zu den Korrifälen gehören. Finde ich jetzt nicht unbedingt so über, überdimensioniert, diesen Transfer. Vom Sinn her. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Da haben wir den. Ich kann es ja mal probieren. Die Vorbereitung lasse ich mir mal offen. Das mache ich nämlich dann für Weihrauch. Dass wir da sagen, der soll nicht irgendwie unterschreiben, machen, tun. So hohe Schmerzgrenze. Aber das ist für uns alles noch machbar. Ich sage mal, 300.000 für den Anfang. Müsste ja eigentlich passen. Müsste ja eigentlich passen. Wir haben momentan natürlich die Kohle. Wir haben noch 1,7. Gehaltsbudget geht auch noch. Also das bringt uns jetzt nicht um. Das können wir ruhig mal bieten. Und Wilhelmshaven versucht natürlich ordentlich viel rauszuholen. Aber irgendwann müssen die auch dann nachgeben. Die spielen Regionalliga. Das geht nicht. Also so ein Batzen Geld dann einfach, muss man sagen, packt das auf die Bank und was weiß ich und das ist immer glücklich. So, letzter Spieler, der immer wieder Vergessene. Gauersau, tut mir leid, ich habe das wirklich immer vermasselt, mit ihm anzugucken. Patrick Flücke aus der 2. Mannschaft von Mainz. 16 Jahre alt. Wird demnächst erst 17. Spielt da aber auch nicht. Und Vertrag läuft auch in 1,5 Jahren aus. Da werde ich auch mal den Scout hinschicken, um einfach zu gucken, was der noch neben offensives Mittelfeld spielen kann. Weil das haben wir ja momentan nicht auf der Agenda in dieser Position. Wird sich dann zeigen müssen. Und jetzt habe ich noch gesagt, genau Weihrauch. Dass wir da sagen, der soll nichts unterschreiben. So, zack. Das haben wir jetzt gemacht bei Nater und bei Weihrauch. Das sind beides Stürmer. Das sind beides Stürmer. Kannst halt abwägen, was ist mir lieber, wenn überhaupt beide nicht verlängern. Kann ja sein, dass es relativ schnell geht. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen vor. Und schau mal, was da passiert jetzt. Die haben das erstmal abgewiesen. Ich gehe mal hoch auf 3,50. So. Immer noch nicht. Also, das sind relativ hartnäckig. Aber man sollte mit mir keine Spielchen spielen. Das schon mal dazu. Ist gescheitert. Also, die haben Spielchen mit mir gespielt, ne? Müssen sie wissen. Müssen sie wissen, was sie weiterbringt. Den Spieler zu halten oder wirklich die Kohle mitzunehmen, um sich da einfach vielleicht dann finanziell besser aufstellen zu können. Weil ich kann mir vorstellen, dass die halt nicht im Geld schwimmen da unten. Und wenn du so ein Talent hast, das ist dann einfach, auf kurz oder lang ist es weg. So, was haben wir denn hier schönes? 33 Punkte nach 14 Spieltagen, er ist gar nicht mehr vorständig, dass die zufrieden sind, die Bayern. Leider verliert die zweite Mannschaft gegen Glockenburg. So, wir bleiben natürlich im Osten, spielen jetzt auswärts in Cottbus beim Tabellen-Siebten. Dann haben wir Aue gegen 1860 und St. Pauli gegen die momentan, ich würde sagen, Überraschungsmannschaft Nummer 2, Arminia Bielefeld, den Tabellenneunten. Die müssen da auf Hornig verzichten. Hornig ist, glaube ich, einer der stärksten von denen. War, glaube ich, auch eben in der Elf des Tages drin. Das Gesicht. Ich glaube, das war so. St. Pauli, Platz 2. Da haben sie so ein bisschen dahingeschlichen. Haben sie sich so ein bisschen dahingeschlichen. Haben wir gegen die schon gespielt? Glaub nicht, ne? St. Pauli, wo sind die denn? Haben wir doch schon gegen gespielt, anscheinend? Wann war das denn? Wann haben wir denn gegen St. Pauli gespielt? Ist irgendwas schiefgegangen beim Spielplan oder was habe ich denn jetzt hier gerade? Warte mal, Begegnungen. Da haben wir gegen die gespielt. Stimmt, stimmt. Mensch, ja, das war ja das 3-2. Das war ja quasi die erste Partie mit dem neuen System. Habe ich doch schon wieder vergessen. Da haben wir doch 16. Februar spielen wir dann. Aber alles im neuen Jahr. Wer weiß, wie da die Form aussieht. Und vor allem, wer weiß, wo wir dann stehen, wo die stehen. Ob das dann überhaupt ein Spitzenspiel noch ist. So, Köln will Jung kaufen. Das glauben die aber selber nicht. Wo stehen die gerade? Die Aufsteiger in die Bundesliga. Ich würde mal sagen, die stehen relativ ordentlich auf der 13. Wen haben sie da? Formika mit einer 70. Aber ansonsten glaube ich keinen mehr. Nee, nee, also die kaufen dem wahrscheinlich dann das Backup. Können sie aber knicken. Ich glaube, verhandeln müssen wir. So, neues Angebot. Ja, wir müssen ja nicht unbedingt Karl Blendiscus, der ist ja nicht aus der Welt. Also da kannst du immer wieder anklopfen. Januar müsste das eigentlich wieder funktionieren. So, da Silber hat es erreicht, wir machen das einfach nochmal kurz hier. So, letzte Amtshammlung würde ich fast mal sagen bei dem. Aber wir haben noch einen Monat. Wir haben noch einen Monat Zeit. Sebastian ist noch angeschlagen. Was haben wir denn hier? Sushi. Nee, der Buddha bleibt stehen. Der hat anscheinend gute Dienste geleistet. Wir können unten da die Kopfhörer wegmachen und da mal die Sushi hinknallen. Oder das Sushi. Ich weiß nicht, wie sagt man denn? Sagen wir einfach mal das Sushi. Wer es besser weiß, der verbessert mich bitte. Wo ist es hin? Wieso schwer sein? Da ist es doch. So, sieht. Man sieht nicht viel. Das ist es, was man dazu sagen kann. Frankfurt-Sandhausen, Penderak-Trainingsziel. Unser Grieche. Der wahrscheinlich in der Wirklichkeit keiner ist. Aber ist ja egal. So, Bergisch-Kladbach 0-9. Wo spielt die denn? Wahrscheinlich Regionalliga. Verlieren alles in der West sind sie. Ja. Muss jetzt nicht unbedingt sein, um das mal so auszudrücken. Ja, Waldschmidt trifft momentan nicht. Seit 401 Minuten kein Tor mehr geschossen. Der muss, glaube ich, ja, vielleicht mag der jetzt so eine Mannschaft nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass er bei uns da oben besser trifft. So, Jonas Klein war wieder bester Mann mit einer 3. Also, der hilft uns momentan. Wahrscheinlich, indem er da die Dinger erträglich verlieren lässt. Oh Gott, jo. Oh Gott, oh Gott. 170 Zuschauer machen eine Dauer-Face-Palm über 90 Minuten. Was für ein Grottenspiel. Überhaupt keine Möglichkeit gehabt aufs Tor. Da weißt du Bescheid, ne? Wenn Karl Brink eine 5 hat, der schlicht eine 5 hat. Oh Gott, ne. Ich will es gar nicht sehen, ganz ehrlich. Ich will es gar nicht sehen. Was haben wir denn hier? Stolarski auf der 10. Da können wir mal gucken gehen, was da gesagt wird. Glorreiche Zukunft. Der rechter Verteidiger hat eine 53. Das Talent ist da. Ich glaube, der ist 18, ne? Der hat so ein Typ, wie die zweite Mannschaft zum Aufbauen, könnte man sagen. Stolarski. Das Ding läuft ja auch aus. Ja, wir haben den ja im Blickfeld. Das heißt, wenn da irgendwie was passiert, bekommen wir das ja mit. Ansonsten kann man dann ab 1. Januar quasi die ganze Liste abarbeiten, kann sagen, hier 2014, nichts unterschreiben, zack, Ablöse frei holen, ne? Das wird interessant werden. Das habe ich, glaube ich, in der Vorsaison auch gar nicht gemacht. So, Saison sehr verbessert, Steffen Lang. Das kann man jetzt auch sagen. Er sieht es selber nicht so, ist überrascht über mein Lob. Blöder Sack. Da wirst du schon mal gelobt, aber jung, hat der sich verbessert? Der hat sich verbessert, also da funktioniert es. Ich will mal gerade gucken, wir haben hier Fandrich, Tomala und Kimmich. Kimmich ist immer ja dran. Der hat ja verlängert. Warum der natürlich jetzt immer noch? Die haben mich das ja nicht höher machen lassen. Deswegen, der ist immer noch dran, dass er fair bezahlt werden möchte. Fehlende Ziele. Ich muss das hier mal. abarbeiten. Kaiser. Kein Wettbewerb. Ich habe dem ja schon mal gesagt, dass er es runterschrauben soll. Aber nochmal geht es anscheinend nicht. Weil man ja noch Kimmich trainiert. Sensationell. Saison sehr verbessert. Dem sage ich das jetzt mal. Der müsste normalerweise, ja, gewinnt auch. Zwar nicht ganz fünf Moralpunkte, wie ich es eigentlich gedacht hätte, weil das war schon arg bei dem. Mit seiner 63, die jetzt hat. Er hat, glaube ich, mit einer 54 oder 56 angefangen. Sautomala. Körperlich stärker werden, ähm, mehr Verantwortung. Musst vielseitiger werden. Schule mal deinen schwachen Fuß. Ich glaube, jetzt habe ich, nee, ist immer noch nicht weg. Möchte fair bezahlt werden. Steffen Lang möchte fair bezahlt werden. Papa möchte fair bezahlt werden. Das sind alles fehlende Ziele. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber wir hatten das ja vor kurzem angepasst. Warum das jetzt schon wieder so asozial? Viele Leute sind, die hier fair bezahlt werden möchten, obwohl es ja eigentlich nicht so viel Differenz ist. Die große, breite Masse hier. Leute, ihr habt Vorstellungen. So, fandrig, da wurde ja vor kurzem auch schon mal gemutmaßt, dass es wohl besser wäre, wenn dir auch noch geht. Weil, ähm, natürlich das hier ein ganz großer Faktor ist, die schwachen Nerven das auch nicht leichter machen, die zweieinhalb der Landsteine das noch mal weniger, ähm, realistisch machen, dass er noch bei uns eine große Zukunft haben wird, weil dann habe ich doch eher Kaiser in der Mannschaft, der jetzt doch schon ein bisschen älter ist, aber wo ich zumindest erkennen kann, dass es da sinnvoll ist. Obwohl ich die Werte von dem wirklich nicht so verkehrt finde, ne? Auch hier die Konstanz. Ich meine, das ist jetzt nicht akut, dass der weg muss. Der verdient 120.000. Das ist momentan gemessen an dem, was wir da haben, das große Breite-Mittelfeld mit 200.000 plus, ist es nicht so viel. Der ist ja auch erst 22.000, also, da überlege ich mir was. Das mache ich jetzt, ich mache jetzt keinen Schnellschuss oder sonst die, sondern, ne? Das mache ich mal ganz in Ruhe, wenn die Winterpause da ist, wenn wir ins Trainingslager fahren und schauen uns das dann mal an. so, Karriere privater Bereich, mal ein bisschen hier Kapitänsprüfung. Oh, das ist ja dann schon relativ weit, da kann ich ja bald Golf spielen gehen. Ja, Papa ist momentan schlecht in Form. Wenn ich jetzt mal gucke, wer da spielen kann, dann, ähm, sehen wir, dass Paulsen das eigentlich könnte. Ja gut, mit zwei Verlusten, ne? Luger hat eine Form von 10. Aber ansonsten, glaube ich, nicht so viele. Wir spielen jetzt auswärts. Ich könnte sagen, Werner rüberziehen, aber Werner trifft ja momentan vorne, wie er will. Das wäre dann, glaube ich, nicht so schön. Mann, ey, ich muss den... So, nächstes Spiel bräuchte ich in Topform. Dass wir wenigstens ne 9 haben, ne 9. Muss einfach dann. So, Steffen Lange hat eine Form von 13, Schreier auch. Christian Müller hat auch eine super Form. Aber warum soll ich Kimmich da rausnehmen jetzt? Das ist das alte Lied. Das alte Lied, es ändert sich nichts da dran. So, zentrales Mittelfeld lassen wir natürlich auch so stehen. Jopek und Matuschka, das eingespielte Duo. Und jetzt schauen wir mal. Sanogo, ist er noch da? Genau, ist noch da, aber er ist nicht der gefährlichste, sondern Marco Stiepermann. Die meisten Tore hat er geschossen, hat eine Stärke von 71. Also Cottbus wird, glaube ich, gerne mal unterschätzt. Das kriegst du gar nicht so mit, was das eigentlich für eine klasse Mannschaft ist. Also wirklich durchgängig. Da ist keine Schwachstelle drin. Man könnte sagen, Bittroff. Aber der hat momentan noch keine Form. Den hat sich ja damals der Bergi geholt, mit Karlsruhe. Jendrezek ist eine Stürmer, der spielt momentan ein linkes Mittelfeld. Ja, er hat es sogar momentan verbessert. Er hat momentan hier eine 67. Warum hat er denn da besser? Ach, hier eingespielt hat. Okay, also wäre das dann gleich. Das scheint auch nicht so schlecht zu sein. Auf jeden Fall ein schneller Mann. Da könnte sich dann eigentlich wieder der Lang drum kümmern. Und dann natürlich hier die Sonderbewachung auf Stiepermann. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mache mit den Innenverteidigern. Also Sierra würde ich gerne stehen lassen mit einer Form von 13. Franke hat eine Form von 9. Und Villas hat ein 10. Wenn ich das jetzt so mache. Topform. Dann genau, hat er auch eine 10, der Franke. Und ist natürlich in der Stärke ein bisschen besser. Und ist auch eher eingespielt mit Sierra. Ich glaube, das ist die 11. 736 in der Stärke. Das sieht doch wahnsinnig gut aus. Mal kurz gucken, Zentrale, wie es hier ist. Nö, gefällt mir. Gefällt mir. Mannschaft ist zu jung, da muss ich nichts drauf geben. Das wissen wir, dass es halt nicht so ist. Und es läuft ja momentan auch. Okay, ich würde mal sagen, wir sehen ungefähr noch dreimal Textmodus, dann haben wir wieder ein 3D-Spiel gegen Union Berlin. Das ist quasi der Gründeabschluss dieses Jahres 2013. Da beenden wir nicht die Hinrunde, die ist ja hier schon zu Ende gegen Frankfurt. Aber wir beenden das Fußballjahr. Und wir haben, glaube ich, ganz wenige Sachen, die wir nur kritisieren müssen. Und es freut mich wirklich wahnsinnig, dass wir so gut in der Liga angekommen sind. Jetzt dürfen wir es natürlich auch nicht verdatteln. Also viermal wirklich noch in diesem Jahr Vollgas geben. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf die Spiele. Fangen wir mal an. Gegen Cottbus.